Ich begrüße Sie, ReichtHC, zum Programm des ODA Spreefernsehens. Ich hoffe, Sie haben ein schönes Wochenende gehabt. Es gab eine ganze Menge, wo man ja hingehen könnte. Wir berichten auch über einiges, was so passiert ist, unter anderem ja auch in Fürstenberg. Da gab es ja die 110-jährige Feier des FC Fürstenberg. Und ja, des Weiteren gibt es ja gleich die Meldungen des Tages. Und dann haben wir natürlich auch noch eins. Ja, da werden sich ja die jungen Leute freuen. Denn Bubblegum TV wird heute die neue Ausgabe zu sehen sein, die Ausgabe Juli. Und ich hoffe, wenn dann die letzte Schulwoche jetzt läuft, eigentlich nicht die ganze Woche, denn Mittwoch ist ja der letzte Schultag. Dann geht es ja auch in die Ferien. Und ich hoffe, dass der eine oder andere, der dann aufs Flugzeug angewiesen ist, dann auch problemlos ans Ziel ankommt. Oder problemlos erstmal startet. Soweit erstmal die Hinweise. Dann unsere Online-Seite, also die aktuellen Meldungen des Tages und der Livestream auf osftv.de. Also mal raufschauen, auch wenn man im Urlaub ist. Da gibt es die neuesten Meldungen und natürlich auch eine Menge Unterhaltung aus der Heimat. Soweit also diese Hinweise. Wir machen jetzt weiter mit den Meldungen des Tages. Bis zum nächsten Mal.